Judith Engel ist eine deutsche Schauspielerin, die für das Theater und den Film arbeitet und gelegentlich als Sprecherin in Hörspielen mitwirkt. Leben Judith Engel entstammt einer Schauspielerfamilie und absolvierte ihre Ausbildung an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, Berlin. 1990 hatte sie ein erstes Engagement am Renaissance-Theater in Berlin. 1991 wechselte sie an das Schauspiel Frankfurt. Von 1994 bis 2000 gehörte sie dem Ensemble des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg unter der Intendanz von Frank Baumbauer an. 1996 stand sie für Dieter Wedels der Schattenmann vor der Kamera. Von 2000 bis 2004 war sie am Zürcher Schauspielhaus unter der Intendanz von Christoph Martaler engagiert. Seither ist sie an der Schaubühne am Leniner Platz in Berlin tätig. 2001 wurde Judith Engel von dem Fachblatt Theater heute zur Schauspielerin des Jahres gewählt und mit dem Nestroy-Preis ausgezeichnet. Für ihre Interpretation zweier Frauenrollen in dem Stück Bäsch von Niel Labute unter der Regie von Peter Zadig an den Hamburger Kammerspielen erhielt. Sie 2002 auch den Gertrud Eisoldring. Neben ihrer Tätigkeit am Theater übernahm sie Episodenrollen in Kriminalfilmserien wie Doppelter Einsatz, Das Duo Stube, Der Elefant, Bella Block und Adelheit und ihre Mörder und war in verschiedenen Tatortfolgen zu sehen. Rollen im Theater 1990 1990 Lämpchen in Kleiner Mann, Was nun? Von Hans Fallader, Regie Ulrike Jagwert, Renaissance Theater Berlin 1991 Titelrolle in Johanna von Orleans von Friedrich Schiller, Regie Anselm Weber, Städtische Bühnen Frankfurt 1991 Maride in die Präsidentinnen von Werner Schwab, Regie Anselm Weber, Wie vorher 1992 Titelrolle in Antigan von Sophocles, Regie Anselm Weber, Wie vorher 1995 Marie in Hochzeit von Ilias Canetti, Regie Christoph Martaler, Deutsches Schauspielhaus Hamburg 1997 Ellen Harper in Arsen und Spitzenhäubchen von Josef Kesselring, Regie Christoph Martaler, Wie vorher 1998 Titelrolle in Ephibriest von Theodor Fontane, Regie Kazuko Watanabe, Düsseldorfer Schauspielhaus 1999 Olga in Feuergesicht von Marius von Meinburg, Regie Thomas Ostermeyer, Deutsches Schauspielhaus Hamburg 1999 Die Spezialisten von Christoph Martaler, Regie Der Autor, Wie vorher 2000 Fortipras in Hamle, Regie Martin Kusisch, Salzburger Festspiele Staatstheater Stuttgart 2000 Die Nacht singt ihre Lieder von John Fosse, Regie Falk Richter, Schauspielhaus Zürich 2001 Besch von Niel Labute, Regie Peter Zadek, Hamburger Kammerspiele Deutsches Theater Berlin 2001 Was ihr wollt von Shakespeare, Regie Christoph Martaler, Schauspielhaus Zürich Salzburger Festspiele 2004 Hotel Pellest 1 von Falk Richter, Regie Der Autor, Schaubühne am Leniner Platz 2004 Scarlett in 1-2-3 nach Verenig Molnar, Regie J. Grebert und Matthias Matschke, Häppel Theater Berlin 2004 Lucille in Dantons Tod von Georg Büchner, Regie Christoph Martaler, Schauspielhaus Zürich 2004 Manuela in Eldorado von Marius von Mainburg, Regie Thomas Ostermeyer, Schaubühne am Leniner Platz 2005 Frau Dr. Schnuck in Tourista von Marius von Mainburg, Regie L.O.K. Pertsche-Wall, Wie vorher 2005 Die Verstörung von Falk Richter, Regie Der Autor, Wie vorher 2006 Tritte von Beckett, Regie Oliver Sturm, Sofienseele Berlin 2008 Wither in der Stein von Marius von Mainburg, Regie Ingo Berg, Schaubühne am Leniner Platz 2009 Gerlinde Bertrand in Die Tauben von David Gieselmann, Regie Marius von Mainburg, Wie vorher 2009 Titelrolle in Iphigenia auf Taurus von Goethe, Regie Jussi Wieler, Wie vorher 2010 Judith in Perplex von Marius von Mainburg, Regie Der Autor, Wie vorher 2011 Matra Jonah in Die Macht der Finsternis von Tolstoi, Regie Michael Thalheimer, Wie vorher 2012 Inge Südel in Märtyrer von Marius von Mainburg, Regie Der Autor, Wie vorher 2012 Galaxy, Regie und Konzept Blitz, Wie vorher 2012 2012 Maria L. Auna in Sommergäste von Maxim Gorky, Regie Alvis Hermannis, Wie vorher 2013 2013 Anna in Die Gelbe Tapete von Charlotte Perkins Gilman, Regie Katie Mitchell, Wie vorher Peter Ristau, Regie Peter Ristau, 1998 Stubbel von Fall zu Fall Der Geisterpolizist, Regie Christa Mühl, 1999 Adelheit und ihre Mörder Leiche vom Dienst, Regie Arend Akte 2000 Die Königin, Regie Werner Schröter 2003 Milchwald, Regie Christoph Hochhäusler 2003 Die Fremde Frau, Regie Matthias Glasner 2003 Tatort Der Schwarze Troll, Regie Vanessa Job 2005 Bella Block, Die Frau des Teppichlegers 2005 Doppelter Einsatz Seitensprung in den Tod, Regie Peter Pazak 2006 Der Freie Wille, Regie Matthias Glasner 2008 Jagdhunde, Regie Ann-Christin Reils 2008 Das Fremde in mir 2009 Die Zwei Leben des Daniel Schor 2010 Tatort Absturz 2010 Polizeiruf 110 Die Lücke, die der Teufel lässt 2010 Eichmanns Ende Liebe, Verrat, Tod 2010 Tatort Hauch des Todes 2011 Tatort Zwischen den Ohren 2013 Unsere Mütter, unsere Väter 2013 Soko Stuttgart, Wombats Ende 2014 Tatort Wahre Liebe 2015 Blochen, die Lebenden und die Toten Rollen in Hörspielen 1999 1999 2003 Dingfest machen Nach den Aufzeichnungen von Luise Bourgeois von Ulrike Hage, Regie und Komposition, die Autorin, BR, 2004 Semmy in Exact Division, Helen Hessels, Julis und Jim von Ulrike Hage, Regie und Komposition, die Autorin, BR, 2005 Parzi Willzwick, ein Fragment von Tankred Dorst, Regie, Beate Andres, 2008 Erzählerin in Deutscher Schlager von Andreas Otteneder, Regie, Jörg Schlüter, WDR, 2008 Erzählerin in Polyplay von Markus Hammerschmidt, Regie, Barbara Meerkötter, WDR, 2008 Karin in Alterford, Ers Gold-Dunkelblau von Dirk Lauke nach seinem gleichnamigen Theaterstück, Regie Matthias Matschke, MDR, 2010 Claire in Parker, Das Geld war schmutzig von Richard Stark, Bearbeitung Helmut Perskina, Regie Martin Zöker, WDR, 2010 Tazet von Paul Plampa, Regie Der Autor, WDR, DLF, 2010 Der Mann schläft von Sibylle Berg, Regie Leonhard Koppelmann, NDR, 2011 Sigi in Limassol von Jisch-Eiserit, Regie Christoph Kalkowski, WDR, 2011 Nachbarin in die Haarschublade von Emanuele Pagano, Regie B-3s Akas, SR, 2011 Das zehnjährige Mädchen in Körpergigant von Stefanie Markheiß, Regie Jörg Schlüter, WDR, 2012 An in ein Akt der Gewalt von Rhein-David-Jan, Regie Irene Schuck, D. Kultur, 2012 Christine D. In ganz in meiner Haut von Stefanie Markheiß, Regie Jörg Schlüter, WDR, 2012 Autorin in nahe Ferne von Andrea Markgraf, Regie Die Autorin und Thomas Gerwin, WDR, Deutschland Radio Kultur, 2012 Wendela Larsen in Blutstein von Johann Theorin, Regie Götzner Lepper, D. Kultur, 2012 Kommissarin Engler in gefallene Schönheit von Florian Goldberg und Heike Tauch, Regie Heike Tauch, Deutschland Radio Kultur, 2012 Nina Seibel in Erbe von Albrecht Panknin, Regie und Musik Der Autor, Hessischer Rundfunk, 2013 Stein und in schwarze Vögel nach dem gleichnamigen Roman von Gunnar Gunnassen, Regie Judith Lorenz, Deutschland Radio Kultur, 2013 Jutta in der koschere Himmel von Lothar Schöne, Regie Angeli Backhausen, WDR, 2013 Maklerin in der Kauf von Paul Plampa, Regie Der Autor, WDR, BR, DLF, Schauspiel Köln, 2013 Helena in der Klang des Todes von Karin Bartosch, Edström, Regie Sven Stricker, Deutschland Radio Kultur, 2013 Projektmanagerin in Experts von Gesine Schmidt, Regie Heike Tauch, D. Kultur, 2013 Katastrophen-Fee in Monster von David Greig, Regie Irene Schuck, WDR, 2014 Sie in Mutter Selina Lein von Matthias Kapol, Regie Der Autor, WDR, 2014 Von den Beinen zu kurz von Katja Brunner, Regie Eric Althoffer, WDR, 2014 Hannah Scharabien vermisst nach dem gleichnamigen Roman von Drami Shani, Regie Andrea Ghetto, NDR, 2015 Magdalene in Wir lieben und wissen nichts von Moritz Rinke, Regie Alice Elstner, Deutschland Radio Kultur, 2015 Sie riehen nicht mit mir nach dem gleichnamigen Roman von Per Pettersen, Regie Steffen Moratz, Deutschland Radio Kultur, HR, 2015 Maren Pepst im Radio Tatort Queenie von Sabine Stein, Regie Andrea Ghetto, NDR, 2016 Mutter in Pimp My Brain Von Matthias Lang und Simon Kampans, Regie Die Autorin RBB Auszeichnungen 1994 Nachwuchsschauspielerin des Jahres der Zeitschrift Theater heute, 1997 Boy Gobert Preis, 2001 Schauspielerin des Jahres der Zeitschrift Theater heute, 2001 Nestor Preis, 2002 Gertrud Eisoldring